Hey ho liebe Community und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Heute nochmal Trouble in Meinville. Ich habe einfach Lust drauf und ich würde sagen wir sehen uns nach dem Intro. Ich habe ein Intro. Ja, ich habe ein Intro. Der Ersteller ist iMisterMathias. Da könnt ihr auch mal schön auf dem Kanal vorbeigucken. Der nette Kerl wird mir vielleicht sogar ein Kanaldesign noch irgendwo zaubern. Und ich finde das ganz geil. Ja. Und ich würde sagen wir sehen uns dann wenn es so richtig so geht. Weil das Jump'none das kann ich eigentlich. Aber ich bin gerade irgendwie aufgeregt. Wir haben jetzt erstmal wieder 5 Tage frei. Das ist richtig chillig. Und ich würde sagen bis gleich. So jetzt geht's los. Jetzt geht's los hier. Wuhu. Und ähm chillig chillig chillig. Jetzt haben wir eigentlich schon alles. Jetzt brauchen wir eigentlich schon nur eine Truhe. Vielleicht nochmal oder so. Zum Glück paar Penis. Und juhu. Jetzt. Keine Ahnung. Geht los gleich. Hoffentlich denke ich glaube ich. Ähm. Ich gehe nochmal schnell das. Und die Truhe ist weg. Das kommt nach da. Das nach da. Das nach da. Ich würde sagen. Wir probieren einfach hier an das Reisen schwer zu kommen rein. Weil das irgendwie wie bochig ist. Ähm. Manche sind so klug und stellen sich irgendwie so behindert da rein. Aber eigentlich komme ich trotzdem dran. Genau auf die Ecke. Ähm. Ja. Ich finde halt ein Alphard bringt auch schon Vorteile. Und jetzt geht's los. Und ich bin... Innocent. Mann. 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 Naja. Boah. Hier sterben aber welche. Da war ja gerade ein Massensterben. Direkt mal dieses random killen. Ähm. Ja. Hab ich genug Weile bekommen. Yo. Den Typ kenne ich. Der ist auch von Adrondal. Haha. Ähm. Dun 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 dun. Ähm. Yo yo yo. Haha. Na ja. Richtig cool den nochmal hier zu treffen. Ähm. Bin mal gespannt so. Wer da so sein Leben schüllen will. Ähm. Ja. Ist jetzt blöd. Dass es so gesagt noch nicht so viel abgeht. Aber ähm. Als Inno würde ich sagen ist das so. Und da kann man auch wenig machen. Aber na ja. Ich weiß jetzt nicht. Ja da schreibt man ja auch. Jo. Wobei. Ähm. Läuft jetzt blöd. Nichts Interessantes. Oder so. Ich finde manchmal cool wenn man. Wenn sich dann so. Ähm. Halt die Traitor ein bisschen so angeschanzt haben. Und man die dann schon ein bisschen rauslocken muss. Und ich glaube. Das da könnte ein Traitor sein. Da hinten. Wenn man sich so abseits stellt. Dann verrät man sich ja. Meine nach meine nach. Beide sind immer gut. Der hat sich ja selber. So gesagt. Den Arsch verhümmelt. Und ich hab mir den Kill geholt. Das ist der Sieg. Juhu. Ähm. Ja. Alleinstehend. Verliert. Ähm. Ihr seht. Er hat verloren. Juhu. Und ähm. Ich würd sagen. Wir joinen direkt nochmal. Um nochmal Spaß zu haben. Genau. Und. Jo. Wir sehen uns dann gleich wieder. So. Es geht jetzt wieder los. Ähm. The cold turns the lights on. Wie es immer so schön heißt. Jetzt geht mir das schwer. Dann hab ich auch schon alles. Parade. Was ich brauche. Ähm. Ich hol mir jetzt nochmal schnell ein paar. Teile. Weil ich's kann. Ich weiß eh nicht wo ich sonst hin soll. Äh. So. Mach mich auf den Weg. 3 Sekunden noch. Ähm. Cool dass ich direkt wieder alles hab. Ähm. Jo. Der andere Typ da von Sourvals auch wieder irgendwo hier unter uns. Da irgendwo halt. Ne. Und. Jo. Ist doch geil. Ach. Da haben wir's. Da haben wir's. Höh. Detective. Das ist doch mal nice. Ähm. Nein. Ja. Boah. 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 Boah Leute das war knapp. What the fuck. Scheiß die Wand an. Hm. Na ja. Das war doch schon mal nice ne. Direkt hier mal einen Heiltrank. Dann läuft's. Da läuft's. Ähm. Ich wette ich verkack jetzt gleich bei so nem billigen Sprung oder so. Daher werde ich dem jetzt aus dem Weg gehen. Ähm. Ich werde uns einfach hier mal so rumhüpfen. Man weiß ja nie was einem so so ein Weg läuft. Ähm. Ja. Ich geh jetzt aber mal schnell in die Menge. Rein der Sicherheit wegen. Weil man ja eigentlich so als Detective schneller mal angerufen wird als so ein Knallung was. Ne. Ne 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 ne. Ähm. Tja. Nice. Direkt mal hier eben den Kill geholt. Ähm. Hier kommt der Detective. Ähm. Gucken wir mal ob wir hier irgendwo einen Toten oder so finden. Den wir mal. Ah da haben wir einen. Zwei sogar. Da setze ich einen. Da setze ich einen. Da hab ich noch. Zwar das ist ganz nice. Noch ein Kill. Juhu. Ähm. Boah der hatte diese Druckplatten und so. Ja. Dum 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 dum. Ja. Geil. Gewonnen. Zwei hab ich davon umgelischt. Das ist doch mal nice. Und ich würd sagen mit diesem schönen Abschluss. Ähm. Sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich würd sagen bis dahin. Tschiau. 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 P past.